Das sieht eklig aus. Ja, das ist auch Sinn der Sache. Frei nach dem Motto, in eklige Sachen soll man nicht einspringen. Das ist einfach. Vielleicht aber auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Okay, warte, warte, warte. Das geht da jetzt wieder durch. Und wenn das dann da rauskommt, muss ich da entschließen. Ja, aber ich würde nochmal warten. Ah ja, siehst du, jetzt hat es sich nämlich aufgelöst. Warte, jetzt? Und jetzt, so. Genau. Und jetzt... Äh... Äh... Kacke! Äh... Nein, geh! Jetzt geht es andersrum. Warum auch immer das jetzt andersrum geht, hä? What the fuck? Es muss ja irgendwie... Da, hier... Ha, hier, ha? Hä? Ja! Tee! Sehr gut. Jetzt musst du nur noch da rüberkommen. Äh... Tee! Äh... Erstmal da hin. Äh... 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 Jetzt erstmal warten, dass das Ding da ist. Ja. Da kommt's. Das war knapp. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ganz leicht. Hallo, Le... Hallo, Alice. Wunderschön, ich will reinfliegen. Oh Mann. Bemerken Sie es. Ich weiß. Wunderschön, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, ihr Testerlebnis zu verstärken. Genau. Guck, die Katzer sind auch gleich. Das heißt, es ist immer derselbe Aufzug, der sich im Raumzeitkontinuum verschiebt. Wir steigen immer in denselben Aufzug, aber kommen immer woanders an. Aber es ist von innen gar nicht größer als von außen, das finde ich doof. Es ist keine TARDIS von Dr. Who, aber es ist der gläserne Aufzug aus Charlie und die Schokoladenfabrik. Mach ich trotzdem. Das ist auch wieder so eine Test-Scheiße. Ah, jetzt kannst du es ausprobieren. Ja, und dann ist er weg. Ja, er kommt aber wieder. Dann bin ich aufgeschmissen. Cool. Das Enrichment-Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Ja. Äh. 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 Geht das? Ja. Dann geht das. Das Enrichment-Center bittet erneut vielmals um Verzeihung. Dass diese Testumgebung einfach unlösbar ist. Gar nicht wahr. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Ja, klar, du bist kein bisschen pessimistisch. Weiß irgendjemand aus dem Kopf, was Glarus die Abkürzung heißt? Ich weiß nicht. Operating System ist klar, aber das glatt. Davor, keine Ahnung. Hm. glückliches, administratives, dämliches, egal. Galen. Ja, genau. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Was? Was? Die Beherrschen von Impulses. Aha. Weißt du Bescheid? Das sehe ich auch so. Aha. Ja. Ich bin zu schlau. Ja. So, und du? Jetzt kommt der interessante Teil. Das habe ich ja gerade schon so andersrum gemacht. Ja, aber du musst es jetzt richtig rummachen. Ähm. Ähm. Da komme ich raus. Warte, was steht da? Du kommst da mit der Geschwindigkeit raus, mit der du da auch reingehst. Ah, dann muss ich da runterfallen, damit ich da rüberkomme. Exakt. Hui! Hey, wusch! Schlechter Kulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Ich verstehe dich nicht, aber das ist eine andere Sache. Wieso? Was gibt es denn nicht zu verstehen? Da ist ein Punkt. Ist das ein Kopf? Ja. Nein, das ist Teil 1 von irgendwie viel. Aha. Da kommt man raus oder auch rein. Ach, da geht es ja nicht. An diesen doofen Wänden. Aha. Während die sich bewegt, geht das nicht. Jetzt aber. Hui! Das hat nicht gut. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Siehst du, jetzt bist du nämlich Endstufe höher. Und kannst jetzt da oben was dran schießen und dann wieder reinhüpfen. Genau. Verstehe. Ah, cool. Das macht Spaß. Gerne? Ja. Und das Spiel hat überhaupt keine Story. Nein, überhaupt keine auch nicht, aber... Ein Austausch. Nein, auch nicht. Egal. Tja, cool. Du hast es kaputt gemacht. Gar nicht wahr. Das Spiel ist abgestürzt. Psch. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. Also. So, jetzt wird es nämlich schwierig. In den Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center Sheets mit gutem Rad zur Seite. Weil da unten steht die Knarrenerweiterung. Meinen Sie ihn? Wenn du die hast, kannst du sowohl blaue als auch gelbe Portale schießen. Mh-hm. Mh-hm. Oh, toll. Na, da will ich eher nicht rauskommen. Aber da auch nicht. Was mache ich denn? Überleg, wo du hin willst. Na, das... Ah, da... Ah, 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 mh. Äh, da komme ich ja nicht raus. Das funzt mich. Ah, ich will ja da oben hin. Das heißt, er muss hier hinschießen, dann muss ich schnell da reinschießen und dann schnell durchlaufen. Wieso musst du schnell da reinschießen? Du musst erst mal die Klappe aufmachen. Ja, ja. Das mache ich, wenn der hier hingeschossen. Also, wenn der gerade hier hinschießt. Warum? Das kostet doch viel zu viel Zeit. Weil das auf Zeit geht. Ja, aber dein blaues Portal geht davon doch nicht weg, nur weil die Tür zugeht. Ach so. Bleib doch da. Stimmt. Ich mache mir wieder zu viel Panik. Ja. So, jetzt musst du drauf achten. Guck mal durch das Fenster durch. Nein, durch das Fenster. Ach so. Nicht durch das Portal. Durch das Fenster. So, und guck mal rechts. Da muss unser Lichtstrahl hin. Das heißt, wir müssen das Portal setzen, wenn die Kugel nach links fliegt. Also, wenn links das Portal ist, meine ich. Du verwirrst mich. Lass mich mal gerade alleine denken. Okay. Also, da schieße ich hin. Und wenn das da ist, dann geht das. Okay. Ich sagte. Ja, das muss ich aber erstmal selber denken, weil sonst schnall ich nicht. Ich dachte, ich helfe dir. Nee, lieber nicht. Okay, dann mach alleine. Okay, das ist jetzt falsch. Ja, jetzt muss ich da hin. Ja, na, na. So. Herzlichen Glückwunsch. You fail. Na, wieso? Das ist doch gar nicht falsch, oder? Nee, falsch ist es nicht, ne? Aber umständlich. Gar nicht wahr? Doch. Gar nicht wahr? Troll. Gar nicht wahr? Einmal schwarzer Karte abholen. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und ein kommen alle Wunsch an. So dicht wohl, Mache. Hä? Ach so. Mhm. Ah. Oh, ja. Verstehe. So. Jetzt funktioniert das. Äh. Jetzt musst du nur darauf warten, dass die Plattform wieder hier ist. Blöd. Blödes Spiel. Gar nicht wahr. Stimmt. Das sieht aus wie geschmolzene Gummibärchen. Sind es wahrscheinlich auch. Und sie starben ein qualvoller und grausamer Tod. Stimmt. Ey, mein Hals ist wieder frei. Cool, ich sollte öfters H eggs machen. Ja, nein. Wie hin da? Wie hin bitte? Äh, da ist was verpufft. Das kommt vor. Wie gesagt, das sind Gummibärchen, die immer noch schmelzen. Und weiter geht's. Genau. Was steht da? Wie langweilig. So, jetzt gucken wir jetzt, ob wir kurz mal in die Decke. Und zählen Texturen. Moin. Ich darf ja keine Texturen mehr. Ich hab dich nicht davon abgehalten. So, jetzt wird's spaßig. Ja, das kennt nix mehr. Weiß. Aha. Ja. Das war doch ganz nett. Und, und. Da eins hin. Und jetzt wieder da unten eins hin. Oder? Ich helf dir nicht. Mach ich jetzt einfach. Das scheint richtig zu sein. Da ist einer. Da ist einer. Da muss eins hin. Und... Brauch ich dafür so viel Schub? Ist schade zumindest nicht. Warum geht das nicht? Weil du an den Wänden keine Portale erstellen kannst. Beziehungsweise an den Boden. Anno. Huiiii. Sprotz. Hat geklappt. Ja. Achja, das geht ja nicht. Kann ich das werfen? Vielleicht kann ich aber weit genug springen. Ja, kann ich. Ähm. Ist da oben jetzt was offen? Ja, ist es. Also nochmal runter. Lalalala. Platsch. Huiiii. Na toll. Herzlichen Glückwunsch. Yufay. Hm. Ich bin Marge Simpson. Huiiii. Huiiii. Ja, sehe ich auch so. Aber unbedingt, oder? Auf jeden Fall. Klar, das geht's irgendwie nicht so wirklich gut. Rückel, rückel, rückel. Feuerwehr! So. Nummer 13. Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlich der Tor doch ist, kippen Sie ruhig um. Ein Informationsmitarbeiter wird Sie mit Margenmittel und Adrenalin wiederbeleben. Margenmittel. So, so. Da muss was hin? Okay. Ähm. Aha. Äh. Wo ist das Gegenstück? Ach, das ist da. Dafür muss ich aber da unten sein. Bringt das was, wenn ich jetzt hier runterhüpfe, oder ist das schlecht? Ich sag dir nix. Ach, ist ja eigentlich egal. Ich komm da eh wieder hoch. Also. Da muss eins hin. Das ist das Schöne in dem Spiel. Ich hab's bisher noch nicht geschafft, mich selbst an der Sackgasse zu manövrieren. Ich hab mich auch in den Tod geschickt, aber... Ja, das hab ich bisher noch nicht geschafft, aber... Würfel! Komm wieder Würfel! Nein! Warum ist die denn jetzt schon da durchgefallen? Nein! So. Hallo! Nicht so nah an das mit mir. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Äh, jetzt muss das da. Jetzt muss da eins hin. Da eins hin. Du kannst die Portale übrigens auch direkt unter die Kinder schießen. Ich glaub das hat geklappt. Und wo ist jetzt jetzt weite Würfel? Wartest da noch einen am Anfang? Ach so. Hui! Äh... Du stehst drauf. Ach so! Oh, das ist verwirrend. Aber kann ich den einfach mitnehmen? Wieso nicht? Du hast doch schon ein Portal dahin da. Du darfst es noch nicht, äh... Löschen. So. 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 Sehr, sehr gut. Jetzt so. Herzlichen Glückwunsch! Danke! Gesundheit! Danke! Warum hat das nicht geklappt? Warum hat das nicht geklappt? Na? Sowas nennt sich Physik, mein Herz. Was? Wuii! Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir sie nicht mehr gelügen. Das hat der Urlaub schon gesagt. Nach den Tests wird man sie vermessen. Wichtiger Testapparat zerstört. Wie dreckig du lachen kannst! Es geht randale! Randale! Ich mach hier alles kaputz! Gesundheit! Danke! Denn Aufzüge sind langweilig! Oh yeah!